Und was geht Leute von heute? Ja, willkommen zu Watch Dogs! Wir wollen das Ganze hier jetzt auch mal wieder weiterspielen, da kam ja jetzt wirklich lange lange nichts mehr und das tut mir auch tierisch leid. Aber ich hatte einfach, weiß ich nicht, Pause gemacht und 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 und, aber wir fangen das Ganze jetzt hier wieder an und wir streiten natürlich jetzt hierbei, wir nehmen das Ganze jetzt endlich wieder auf und sind jetzt hier fleißig am Zocken. Was geht denn immer an, Mann? Begen dir gehe ich noch drauf. Sag mir, wie man an ein Rack rankommt. Du kommst nicht nah an ihn ran, Mann. Vergiss es einfach, er geht nie raus. Willst du das nochmal überdenken? Warte, warte, ähm, die Auktion. Er wird bei Quints Auktion sein. Was für eine Auktion? Privat. Nicht so eine normale Auktion, nur für geladene Gäste. Dann besorg mir eine Einladung. Für wen hältst du mich? Okay, okay. Ich melde mich. Sei bereit. So, also, er soll uns eine Einladung besorgen, weil wir da hin sollen. So, was ist denn unsere nächste Mission? Hm. Ich sehe hier jetzt keine. Ach doch, da ist unsere nächste Mission. Wir müssen laufen. Hast du einen Weg in Hyrax Gebäude gefunden? Ja, Bad Buck ist an Bord und wartet auf meinen anderen. Dann gehen wir jetzt zur nächsten Mission natürlich. Aber Autofahren kann ich immer noch nicht, Leute, von heute. Sie ist der einzige Weg in den Raum. Ist eine RFID-Karte. Wir können sie klonen, aber du musst sehr nah ran. Bad Buck sagt, Iraq fährt zu einer Auktion. Das ist die Chance. Die Auktion, ja. Erinnerst du dich an Iraqs Aktenkoffer? Schwer zu vergessen. Damit hat er ihm den Kopf zertrümmert. Genau. Er sagte, da drin sei die Gästeliste. Du darfst mir jetzt danken, weil ich den Koffer verfolgt habe. Lass mich nachsehen. Du hast gut mitgedacht. Wenn wir den Koffer bekommen, findest du mir einen Namen auf der Liste? Einen, den ich borgen kann? Genau, was ich dachte. Ich schicke dir den Standort des Koffers. So, wir nehmen hier den schicken Wagen. Und fahren jetzt natürlich zur nächsten Mission. So, die Strecke ist markiert. Aber Leute, wie gesagt, Autofahren kann ich immer noch nicht. Wisst ihr ja mittlerweile schon von den ganzen anderen Folgen her. Ja, ich freue mich auch mal wieder ein bisschen Watch Dogs spielen zu können. So, wir hacken hier natürlich die Brücke erstmal. So, man kann ja auch die Innenansicht, glaube ich, ne? So, und die Brücke wieder zurückdrehen, damit keiner unser Geheimversteck findet. So, und Gas. Gas, Gas, Gas. Gas kommt vor Kupplung, oder was war das? Nicht Kupplung, sondern Gas, oder so was war das? Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ob ihr euch freut, dass wieder Watch Dogs kommt. Und ob ihr auch mehr davon sehen wollt. Schreibt es in die Kommentare. Klare, ich antworte dann natürlich euch, die mir in die Kommentare posten. Klare Sache. So, auch das wird jetzt wieder regelmäßig kommen. Alle Projekte, die ich habe. Falls ihr mich fragt, ob ich mich mit den Projekten übernommen habe. Ich finde nicht. Ich habe jetzt laufende 10 Projekte, glaube ich. Und ich bin auch stolz auf die ganzen 10 Projekte. Und es läuft auch ganz gut. Und ich komme damit zurecht. Und ich würde das auch weiter so machen. Jeden Tag kommt ein Video. Seht ihr? Seht ihr? Ich kann kein Auto fahren. Jeden Tag kommt ja ein Video. Und ja. Vielleicht kommen jetzt auch mal die Tage. Vielleicht mal anstatt nur ein Video. Auch mal zwei Videos. So, jetzt auch mal schnell hier überholen. Mein Gott. Fährt ja ein bisschen langsam hier. So, lauf mich mal vorbei. Danke sehr. Wow, 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 wow. Was da denn Schönes? So, raus aus der Karre. Meine. Ne, 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 ne. Sofort. Jawohl. Geil. Jawohl. Nachso. Das ist eine Online-Entschlüsselung. Nee, das wollen wir ja, Nisch. So, wir lassen die Karre hier stehen. Und werden uns jetzt da unten hinbegeben, wo wir hin sollen. Zum, was? Brot. Brotgruben. Gehen wir natürlich hin. Ja, Entschuldigung, bitte. Machen wir mit Absicht. So, Mission starten. So, ich bin gespannt, was hier passiert. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann mich sicher darauf verlassen, dass Damien querschießt. Er hat einen anderen Plan. Okay, ich brauche jetzt erstmal den Aktenkopf. Okay, wie kommen wir denn an diesen Aktencover? Folgen Sie der Auktionsaktentasche und achten Sie auf Übergabe. Du trägst nicht nur einen Koffer voller Namen und Einladungen. Du trägst die Zukunft unseres Geschäfts. Hintergrundschecks. Indiskretion. Tendenz. Alles, was Quinn braucht, damit die Gäste loyal werden. Wir schaffen. Jetzt tu einfach so, als wäre das Ding voll verfickter Goldmacher. Siehst du den Koffer? Tui, er bewegt sich. Warte. Das glaube ich an ihn. Was? Quints Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Ein Aufertausch? Ehrlich? Und das soll funktionieren? Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum machen die das? Wollen die das CTOS täuschen? Jeder, der das auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen die Überwachungssoftware zu verwirren. Interessant. Ja, wir sind an ihm dran. Alles gut. Ich habe ihn im Auge. Ich habe ihn im Auge. Also wir sollen ihn verfolgen. Beschatten. Steht da natürlich auch groß und breit dran. Aber das kriegen wir ja wohl hin. Entschuldigung? Ja, sorry. Entschuldigung bitte. Mein Gott, sind das Divas hier. Okay, was passiert jetzt? Er werde ihn hundertprozentig da ins Boot geben. Ich wusste es. Der Koffer ist auf einem Boot, das flussaufwärts wird. Ich habe hier einen Motorrad. Ich folge Ihnen. Vielleicht sehe ich, wo Sie hinwollen. Eine Sekunde. Was ist denn in der Nähe? Ich tippe. Das wird eine kurze Tour. Ein letzter Übergabepunkt vielleicht. Okay, aufpassen. Sie dürfen uns immer noch nicht. Wow. Yes, Baby, Alter. Okay, langsamer, langsamer, sonst sehen die uns. Und ich glaube, die haben uns gesehen. Jetzt ein bisschen zornen da. Entschuldigung, Entschuldigung. So, Gummi jetzt hier. Aber ihr wisst, ich bin ein schlechter Fahrer. Aber ich gebe jetzt mein Bestes. Hinterher, 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 hinterher. Wir dürfen sie bloß nicht verlieren. Okay, wir sind noch am Start. Oh man, das ist natürlich jetzt wieder sehr spannend, ne? Wo wollen wir denn hin? Weg da, weg da. Wir wollen hier ja keinen überfahren. Okay, jetzt muss ich hier einmal, einmal hier, schnau mal. Äh, Audio. Okay. So, wie kommen wir jetzt da rüber? Ich würde sagen, wir kommen nur mit dem Boot da rüber. Wir schwimmen da jetzt mal. Fahren wir mit dem Boot da rüber? Ja, können wir ruhig eigentlich machen. Komm schon. Ach, du kannst alles hacken, ne? So ein Boot nicht, oder wann? Okay, dann schwimmen wir rüber. So sieht uns ja auch keiner. Wenn wir denn da schön geduckt bleiben, so kann uns auch keiner sehen. Ja, seid ihr schon am Angeln? Ich bin am Schwimmen. Vielleicht nicht beim besten Wetter am Schwimmen, aber ist okay. Okay, da sind zwei Wachen. Da ist eine Wache. Die sehe ich von hier. Habe ich irgendwas dabei, was gescheit gedämpft ist? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich muss mal gucken. Haben wir irgendwas? Jawohl, wir haben sogar eine Schei gedämpfte. Sehr schön. Komm schon. Gut, dass hat keiner gehört. Der Ersten haben wir. Wunderbar. So, wir müssen uns mal ein bisschen... Geht das nicht ein bisschen... Okay, da hinten steht der Nächste. Okay, der ist auch down. Sehr schön. Schöner Headshot. Auch down. Keiner hat es gehört. Ich will versuchen, die Gegner auszuschalten, ohne dass sie das mitbekommen. Auch down. Auch down. Gut. Ich will aber erst die Gegner wegmachen. Bevor wir reingehen. Auch down. Alles klar, noch zwei. Zwei Gegner noch. Dann haben wir es. Ah, jetzt immer... Ach man. Nie klappt mal was. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Wo ist denn der andere? Okay, wir haben sie. Oh man, war das scheiße knapp. Verdammt. Ich nehme wieder die Schei gedämpfte. So. Jetzt gehen wir da hinten hin, was wir benutzen sollen. Ja Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe gesagt, das Watchdog ist wieder regelmäßig kommt und auch Assassin's Creed Unity. So, und los geht's. So, und los geht's. Da ist der schöne Koffer, den benutzen wir doch jetzt mal glatt hier gleich mal Rinder mit. So, mal sehen, was das Schönes drin ist. Wir machen Fotos. Alles klar. Ich schicke die Gästeliste aus dem Koffer. Worum es auch gehen mag. Der Club geht kein Risiko ein. Oh, das nehmen wir mit. Die Security wird streng. Okay, dann finden wir dir eine passende Identität. Kein Stammgast. Irgendjemand aus dem Ausland. Jemand, den sie nicht kennen. Okay. Okay. Der hier. Kannst du einen Mr. Punk spielen? Ich glaube nicht. Gibt es Europäer? Nicholas Crispin. 32 Jahre alt. Auslandsamerikaner. War seit 12 Jahren nicht hier. Das passt doch. Oh mein Gott. Hier sind seine Präferenzen. Sind die nicht irgendwie mit dem Boot gekommen? Und ekelhaft reicht er zu. Wird man ihn vermissen? Wie vermissen? Clara. Wenn ich seine Identität stehle, darf er meine Deckung nicht auflegen lassen. Das heißt, er muss sterben. Oh. Da ist was dran. Meine Schwester wurde entführt, Clara. Ich werde alles tun, um sie zu befreien. Gut. Also, wir müssen jetzt die Identität übernehmen. Kannst du aussteigen. Ich verstehe das. Nein. Alles gut. Das Schwein wird niemand vermissen. Ist ein guter Treffer. Er soll sein Auto bei einem Händler abholen. Okay. Ich treffe ihn dann. Was ist der Kran denn da? Dieser Autoladen ist in Matt Mai. Dann muss ich wohl zuerst das Bezirkskontrollzentrum hegen. Hm. Ja. Gut, dahin. Kommen wir wohl rüber. So. Düpp-düpp-düpp-düμ. Düpp-düpp-düpp-düpp-dü. Düpp-düpp-dümm. Ja, wunderbar. Die Missione haben wir mit Erfolg abgeschlossen. Und ich finde sogar, haben wir uns diesmal nicht voll drauf. Sondern haben wir uns ein bisschen ruhiger angestellt diesmal. aber ich sehe gerade Leute, die Folge ist jetzt auch schon leider vorbei aber die nächste Folge kommt bald auf jeden Fall, ich hoffe sie hat euch auf jeden Fall gefallen, wenn ja und ihr möchtet, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, worüber ich mich freuen würde oder ein Abo, da freue ich mich auch drüber, ähm, bis zum nächsten Mal, argumentiert ach ne, ich hab vergessen meinen Standardspruch argumentiert, kommentiert, kritisiert ich freue mich auf eure Kommentare, bis zum nächsten Mal euer Nordi, ciao, peace Outro